Heißt das, dass jetzt endgültig der Herbst kommt? Die Viertagesvorschau sagt ja, aber etwas sanfter als zuletzt. Im Westen kühlt es bei Regen am Donnerstag erneut auf bis zu 15 Grad ab, ab Freitag wird es etwas milder, bei 17 Grad und die Sonne kommt zum Vorschein. Im Süden können Sie den Regenschirm ab Mittwoch zu Hause lassen, bei einem Sonne-Wolken-Mix kühlt es am Donnerstag auf 16 Grad ab, ab Freitag pendeln sich die Temperaturen bei 18 Grad ein. Ein ähnliches Bild im Osten, gegen Ende der Woche ist es hier mit 19 Grad zwar mild, aber immer wieder sonnig und herbstlich.